halli hallo leute zu meinem heutigen vlog nein das konnte ich euch natürlich jetzt absolut nicht geben also ich werde heute noch einen vlog machen aber den werdet ihr höchstwahrscheinlich in den nächsten tagen irgendwann sehen geht einfach darum dass ja einfach cool alles mega ich habe vom kumpel eine osmo bekommen zum testen und jetzt werde ich sagen es muss 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 ist eine abartig kranke kamera die sondern also jeder der sich so ein bisschen mit so einem thema gimbal beziehungsweise quadrocopter auseinandergesetzt hat schon ist halt eine kamera die sich automatisch ja nicht fokussiert sondern die verwackelt nicht mehr die hatten eine art bildstabilisator drin das heißt also die hat drei motoren drin und die kann sich dann um ihre eigene achse drehen bla wie auch immer scheißegal die will ich dann auf jeden fall noch testen das müsst ihr auch über euch ja gehen lassen einfach dass man mal sieht wie das so ist oder wie es halt nicht ist weil ich glaube eigentlich dass das totale kacke das ding kostet 750 euro und ich bin der meinung meine gopro kann fast dasselbe macht auch 4k auflösung also nee aber egal genug darüber quatsch jetzt geht es natürlich um coc nicht um clash royale sondern um coc ich glaube ich bin der einzige der irgendwie bei coc geblieben ist oder absolut gar nicht abwertend zu clash royale finde ich mega nice auf jeden fall wird bei mir denke ich aber nicht coc ablösen jetzt kommen die anderen die sagen oh naja dann hast du clash royale noch nicht gespielt ja stimmt wirklich ich werde das auch wirklich erst spielen wenn es im deutschen markt rauskommt weil ich das halt wirklich irgendwo so sehe dass es also es ist natürlich mega geil also jetzt zum beispiel von lichtle mega geil also sprich man sieht halt wirklich cool man kann das und dann ist das so und wie auch mal das ist mega geil dass man das form ja vom release in deutschland halt eben schon sieht mega daumen nach oben also dafür das ist eine mega geile nummer aber ich wiederum sagt mir gut okay die haben es jetzt ja auch gebracht warum soll ich jetzt als 25 drölf sich star wie auch immer clash royale neu und noch nicht in germany spielen ist quatsch irgendwo deswegen habe ich mir gedacht gut okay komm hier lassen und wir uns mal eine richtige ordentliche pokejagd raushauen und die hat so richtig gesessen also beziehungsweise was heißt hat gesessen die sitzt natürlich immer noch wir gehen auf beste clans und wir gehen auf germany und unser ziel waren die terp 50 und die haben wir mittlerweile auch schon lange erreicht jetzt denkt ihr warum denn jetzt scrollt er ja so weiter runter und dann da ist ja erst auf 62 ja weil momentan sind wieder vier leute weniger von daher vollkommen in ordnung wir waren schon auf ich will nicht lügen ich glaube 44 oder sowas und wir gehen ja jetzt erst alle nach und nach hoch also klar bringt natürlich nicht wirklich wenn man jetzt sagt naja man macht eine pokejagd und alle kommen kurz rein die zum beispiel titan sind oder vielleicht ich sag jetzt mal tobi kommt einfach mal als legende rein und dann klar ist natürlich dieser push enorm logisch aber wir wollen ja zusammen richtig übel abgehen und ja das ist halt übel ich wurde gekickt und das ist halt übel geil also das ist richtig richtig krass ich finde es einfach mega geil wie man sich hier legolas bestes beispiel wie man sich auf so eine community verlassen kann ja also es ist nicht einfach nur so gut okay kommen hier der guuso macht ein paar videos manche gucken sich das an und fertig ist sondern einfach da sieht man wirklich es ist halt nicht so irgendwelche sparten kommen an und sagen hallo 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 und jumpen hin und her nein das ist wirklich ein richtig richtig geiles also beisammen sein die sagen auch alle auch cool schöne aktiver klaren und zwar dann sofort so wie es sein soll also vielen vielen dank nochmal an euch alle die ihr jetzt auch neu dazugekommen seid zur unterstützung einfach und das ist einfach mega geil hier nova wieder schön am spenden auch richtig richtig geil und echt echt richtig richtig cool hier wir sehen es gerade mal gorian ist noch kristall 3 also hier uns gibt schläge hier ab nach oben da da richtig schön nach oben und und läuft einfach mega geil also wir haben wirklich mehr mega den spaß und das läuft das läuft ich habe gestern auch wieder irgendwie Jahrhundert pokies locker gemacht also ich ich habe dann wirklich mir auch noch mal ich hatte beim app bauen die konto habe ich jetzt irgendwie fast 5000 also ich kann mir bald wieder so eine 10 euro itunes karte auszahlen lassen und ich habe mir gedacht oh scheiße die gems sind weg komm ein bisschen boosten und ich muss ja wirklich sagen also für ein boost ist es ja echt so sorry wenn ich wieder so viel quatsche für ein boost das ist ja echt wieder so der boost ist mittlerweile echt günstig das geht dadurch dass man wirklich mittlerweile eine stunde boosten kann easy peasy das läuft auf jeden fall nebenbei will ich hier noch mal kurz hier zack 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 ich weiß ist uninteressant aber dass das geht ganz easy das ist so eine richtig richtig geile veränderung noch mal zusätzlich eine andere veränderung halt auch zusätzlich mit dem schild ich dachte auch schild also mit diesen 30 prozent das ist richtig das ist richtig kranker scheiß das ist doof das mag keiner meiner meinung nach also ich bin wirklich der meinung wenn das rathaus fallen würde dann wäre gut und fertig aus aber nein das ist echt misst ganz klare sache oder wie auch ein anderer youtuber gesagt hatte dann lasst doch irgendwie bei 25 prozent oder bei 19 oder was weiß ich dann lasst doch einfach bei 15 prozent gibt dem norad schild dann sieht man okay derjenige hat nicht einfach nur das townhall draußen gehabt sondern es wurde noch nebenbei was gesnackt und fertig so ist richtig meiner meinung nach auch und das ist blöd aber mit diesem ich greife in meiner schild zeit an habe dann trotzdem noch schild besonders wenn ich jetzt im oberen bereich bin mit dem pokis also andere sagen jetzt auch oberer bereich ist ja gerade mal champion 3 und sagt davon oberen bereich aber ich glaube ihr wisst was ich meine ich kann ganz easy peasy hier die habe ich heute in meiner arbeitszeit ganz easy weggerissen hier Loot mäßig sind wir ehrlich brauchen wir nicht wirklich darauf achten ich baller wirklich nur ich gucke rein kann man da ein townhall 9 easy wegziehen und dann passt das und dann schaue ich halt eben ob es von von pokis her halbwegs hinhaut weil ich sage mal ganz ehrlich für irgendwie vier pokis muss ich dann nicht angreifen ja da war eine skype nachricht so geben wir uns mal ganz kurz gucken wir mal kurz rein hier genauso so standard also wirklich nicht mal gemäxtes townhall 9 also effektiv teilweise wirklich noch townhall 8 und dann habe ich aber wirklich gesehen ich dachte mir komm 300k lx ich meine es ist jetzt nicht so dass ich es brauche aber ganz ehrlich wenn ich sie bekomme ohne irgendwie wirklich was dafür zu tun ganz ehrlich naja dann darf man auch mal gerne fünfe gerade sein lassen ist doch ganz klar und bin ich hier mal ganz kurz mit der queen reinmarschiert ach so ja nebenbei wird natürlich weiter gequeenwalkt auch wenn es schwerer ist und 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 ne also vollkommen klare sache man muss halt wirklich viel viel mehr darauf aufpassen wie gesagt ich rate auch jedem der neu damit anfängt mit mit queenwalk oder ja es heißt super queen aber egal für mich ist ein queenwalk fertig so und wer neu damit anfängt und dann zum beispiel wirklich townhall 9 ja ähm queen of 9 oder 10 hat finde ich ist es geht garantiert auch aber ist halt wirklich schon echt eine schwierige kiste zumal man dann halt eben wirklich noch mehr spells mitnehmen muss und dann irgendwann sich das meiner meinung nach nicht mehr lohnt für mich ist es einfach so eine sache hier kann ich einfach ganz easy zwei angriffe hintereinander machen und läuft ganz klare nummer so und wie gesagt so eine sachen snack ich mir dann halt einfach weg muss auch momentan kann ich jetzt einfach mal so sagen momentan gar nicht weit krass kippen also dass ich jetzt sage ich es gibt hier 50 gegner weg oder sowas das ist momentan noch nicht der fall jetzt ist da was dazu so jetzt seht ihr hier und dann gibt es halt eben da schade das ist auch so eine sache diese meiner meinung nach ändern müssten ist eine ganz kleine sache aber das wäre richtig richtig gut wenn supercell das ändern würde dass die hier noch zusätzlich halt wirklich den liga bonus noch mit einblenden würden weil früher konnte man sagen ja gut okay kommt zack 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 ist ja klar der hat den und den die und die kohle bekommen und fertig ihr wisst das selber mittlerweile ist es prozent abhängig da ist es denn ein bisschen doof finde ich ist ist meine persönliche meinung ist natürlich eine easy sache sowas eigentlich reinzubringen aber gut okay jetzt zeige ich euch sogar noch angriff wo ich wirklich nur vier pokis gemacht habe aber ihr habt es gesehen da war es wirklich halt wegen dem alex ich würde gern noch mal direkten fight machen ach kommt ihr seid dabei ich gebe euch raus bis es was interessantes gibt und dann geht's los ach so eine sache habe ich noch zum thema loot es wurde ja auch immer gesagt oh loot ist total down geht gar nicht hatte ich auch teilweise das gefühl muss ich ganz ehrlich zugeben aber das ist besser geworden also wirklich mit dem loot ist es in meiner meinung in meinen augen besser geworden 16er hellen ist jetzt nicht wirklich schwer aber zwölf und ich meine er hat nur absolut gar kein loot kommt den können wir lassen also das bringt dann nichts aber ansonsten ist es also man sieht öfter mal ich habe gestern ein millionenrate wegklicken müssen ich habe dann auch auf dem ipad ein screenshot gemacht und habe mir gedacht oh nee komm das tust du dir nicht an nicht so loot geil sein und dann am ende den angriff verkacken das muss auch nicht sein ähm ich muss gerade überlegen ob ich mir das jetzt gebe hier nö nö mag nicht acht wow mhm der hier ist von der konstellation schon fast so dass man sagen könnte ach ich laufe außen rum und mache einfach nur die 50 prozent auch mit der queen ist das eine echt wirklich geile nummer aber dann also hier in fernos sind drin also das wäre kein thema aber ich hätte sie mit der luftabwehr probleme da die will ich in dem bereich rennen dann die heiler doch dann außen rum und dann habe ich keinen bock da drauf da ist dann einfach oh 17 ach komm den nehmen wir den nehmen wir ich weiß nicht was ich in der cb habe das ist leider nicht so toll ich gucke auch immer am anfang weil ich so ein bisschen angst vor den vor den luftabwehren immer habe dass ich so ein bisschen in dem bereich anfange wo eine luftabwehr steht dass ich die dann schon meine queen hier 1 2 3 4 5 genau ähm dass ich die dann schon ausschalten kann und dann viel viel entspannter in das match reingehen kann also jetzt gucken wir mal der erste xbow äh der erste xbow der erste boogie turm ist down gucken wir mal auch halt nicht mehr zu viel spam also ich bin ja wirklich ich weiß ganz genau ich war so eine spam bitch weiß ich selber davon wollte ich halt oder beziehungsweise will ich halt auch irgendwo wegkommen dass ich halt die mauerbrecher so extremst spamme und dann am ende dastehe oh Mist schon wieder fehlen mir welche so hier gehe ich jetzt kein risiko ein ja kein risiko ein genau herzlichen dank ähm und halt wirklich halt wirklich gucken wie sieht es aus schaffen dass die heiler wirklich äh oder gibt es da echt probleme dann muss man halt wirklich den rage spell droppen und dann ist das schick also wie gesagt keine hier ich sehe es sie schaffen es halt einfach nicht ist halt so und dann muss ich halt wirklich rage spell droppen und das heißt also für mich auch definitiv nicht ohne äh ohne rage spells angreifen ganz klare sache jetzt sind wir hier schon im townhall bereich zwei xbows die ja der bogeyturm hinten der der ist aber noch nicht so schön ja ja genau ganz genau der hier gibt mir nochmal ordentlich einen auf den sack und deswegen muss ich halt wirklich die queen hier dauerragen beziehungsweise meine heiler jetzt sollte das passen ich denke mal ein xbow die kanone das sollte passen das sollte laufen hier so jetzt schauen wir mal ob wir ah jetzt rennst du bestimmt nach außen ja okay muss ich mit leben ja ich probiere mal hier ganz vorsichtig ranzugehen ihr seht es halt wirklich selber es wird vorsichtiger gemacht als früher ganz klare geschichte alleine schon wirklich ich will nicht da sitzen und dann oh Mist hm pokis verloren unschön wow jetzt kommen seine riesen naja gut okay das ist eigentlich gar nicht mehr lohnenswert dass ich da jetzt noch den den gift gedroppt habe aber ich mache das hier trotzdem ich will nicht zu viel zeit verlieren am ende ich will halt doch noch meine so 60% würde ich schon gern haben dass ich halt wirklich da sitze oh jetzt geht es mir down geht es mir down ich hoffe nicht jetzt würde man sagen oh ja na dann ist er dann ist er halt down ist nun mal nicht anders ähm jetzt könnte man sagen oh warum hat er denn nicht noch mehr heiler gedroppt aber es ist halt wirklich so also in meiner meinung nach muss ich wirklich sagen ich will den zweiten gift jetzt eigentlich nicht mehr droppen nee das ist es mir nicht wert die sache ist halt wirklich die äh dieses ach na komm hier ich knall jetzt wirklich noch heiler rauf ohne ende das bringt es halt wirklich nicht mehr also da reißt es halt nichts mehr vom teller hier ein schöner bonus noch nebenbei sonst hätte sich das natürlich nicht gelohnt ganz klar aber äh elf pokis noch bekommen die habe ich gerne mitgenommen und schon geht es wieder nach oben aber halt wirklich kein risiko ganz gechillt und fertig das soll es für dieses video gewesen sein ich habe noch in der hinterhand einen mega geilen angriff den nehme ich heute natürlich auch noch auf den habe ich in einem inaktiven clan äh gepostet und dann geht es los ansonsten noch mal ganz kurz dass ihr das in der facecam seht es ist so geil meine neue äh halterung fürs mic einfach so edel weil wirklich jeder der so ein bisschen also ich spreche jetzt die youtuber an halt oder jeder der selber mal seine stimme aufgenommen hat mit so einem normalen standard mikrofon ständer schwan hals wie auch immer äh mit so einem galgen geht gar nicht echt also ihr kommt immer gegen total scheiße und hier bam direkt ins gesicht also von daher richtig richtig geil dazu gibt es dann auch nochmal ein video aber egal ähm ich hoffe es hat euch gefallen wie gesagt jetzt wieder so ein bisschen viel infos drin gewesen aber glaubt mir die nächsten tage werden fett und dann wird über die pokejagd berichtet und das wird denke ich mal mega mega nice ansonsten wie gesagt nochmal townhall 9 so gut wie gemaxed sage ich mal also wenn da jetzt ähm ein paar ähm kanonen auf 10 sind also magiatürme sollten soweit durch sein denke ich mal aber hier bestes hier guckt euch nochmal ganz kurz an hier äh bestes beispiel halt wirklich alter ist kodi oder ist kodi rausgegangen kurz ja sonst hätte er ja übelst gelitten wenn er so krass runtergefallen wäre aber hier ich guck mal gerade 110 da wird legolas auch noch nicht komplett maxed sein genau ja doch 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 maxed maxed 9 auf jeden fall aber ist nicht maxed 9 muss nicht sein heldencombo 40 muss auch nicht sein aber ich sag mal 15er helden sollten schon sein einfach um das ist auch für denjenigen der dann zu uns kommt auch irgendwo ein spaß ist also weil wenn ich hochgehe mit den pokis und dann irgendwie nur megamäßig lose das ist auch scheiße also ich meine das muss ein spaß sein irgendwo klar nee ansonsten wie gesagt mega geil nächsten tage kommen videos ohne ende und ja ich hoffe das video hat euch gefallen wenn das so ist lasst einen daumen nach oben da das ist immer so ein ganz guter indiz dafür dass das dann auch wirklich angekommen ist bei euch und ja ich hoffe es hat euch gefallen dass es kein vlog geworden ist und dann ja war es das haut rein ciao ciao ciao